Aber ganz klar ist, das hat mir auch gefehlt in der Regierungserklärung des Kanzlers zum Beispiel, nicht zum einen weder diese Zusagen auch noch in Anglizismen mit You never walk alone oder das noch auf andere zu beziehen. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass schon klar gemacht wird, dass sich etwas verändern muss zum einen. Und zum anderen, dass man auch nicht nur die Empfänger von sozialen Transfers adressiert in so einer Regierungserklärung, sondern ebenfalls die Menschen, die das alles erwirtschaften und Abgaben leisten, auch die sollten von der Regierung adressiert werden und entsprechend wahrgenommen werden.